Joa, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ja, letzte Folge, ne, war mal so der Leveling Part. Ich denke mal, das würde ich auch in Zukunft so machen, vielleicht ein Tick länger. Das waren jetzt zwei üppige Level, die wir da gemacht haben. Ah, Jerry Shiloni. Äh, so, wir machen weiter. Und, ach, was ich euch auch noch sagen will, ne, ganz peinlich. Ich hab, glaub ich, versucht, diesen Leveling Part, ich glaub, drei oder viermal aufzunehmen. Ja, äh, beim ersten Mal hab ich gar nicht aufgenommen, ne, das ist, das war schon der Fail hoch drei. Ne, beim zweiten Mal, da hat's mir nicht gefallen, ja, gab so diverse Gründe. Dann dritten Mal, und das ist das Beste daran, da bin ich so weit gegangen, dass ich schon wiederum im nächsten Abschnitt war, ja. Obwohl ich ihn euch ja eigentlich zeigen wollte. Und, äh, ja, und ich hatte nicht gespeichert. Ich war dann, glaub ich, auf Level 16 oder 17, ich weiß es nicht genau. Ja, und dann ging mir so die Lust daran flöten, ja, hab ich gesagt, leckt mich am Arsch, komm, einmal noch, ne. Aber dann nicht mehr so lang. Wie gesagt, da ging mir die Motivation sowas von flöten, das hat ja echt keinen Spaß mehr. Deswegen hab ich auch nur zwei Level gemacht, wo auch mal zu gucken, wie das so ist, wie das wird. So, ich zeig euch nämlich, was mir nicht passiert ist, da hab ich mir gedacht, hm, da oben gab's ja auch noch Monster, ne. Ne, warte, wo bin ich, ich bin, ich bin falsch, Moment. Nein. Und zwar nicht hier, sondern, mhm, mhm, ja, ja, da vorne nehme ich. Äh, da bin ich hochgegangen, zweimal. Und auf einmal kam dann eine Zwischensequenz, von der ich gar nichts wusste. Und, ja, und dann hab ich mir gedacht, scheiße, ne, tolle Kacke. Ähm, muss rauschneiden, muss so neu machen. Gut, in dem Punkt weiß ich jetzt, was kommt. Ich weiß auch, wie es weitergeht, und zwar, wenn wir jetzt hier hochgehen konnten, dann eine Zwischensequenz. Ne, das ist zwar jetzt Spoiler, aber ihr werdet's sehen. So, schaltet Maul. Das war jetzt nicht eine große Zwischensequenz, aber genau das ist mit passiert. Dann wollte ich mir mal legen, soll ich jetzt, soll ich jetzt weiter kommentieren, soll ich jetzt wieder normal spielen, hab ich gesagt, komm. Tschung, machst du den Part dann komplett nochmal neu, ne. So, aber ab jetzt weiß ich, gut, ich weiß noch so einigermaßen noch ein bisschen was, aber so ist dann auch für euch wieder, weitergehter mit dabei. So, äh, was ist irgendwas, genau, hier die dicke Frucht, damit muss man irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich mein, irgendwie Magie muss man gegensteuern. Oder? Mal dagegen holen. Aber das Gute dran hier ist, die, die Monster, die kommen jetzt hier und endlich, meine ich. Ich könnte jetzt wieder sagen, ja komm, lass mal ein bisschen leveln, aber... Obwohl, was ist die Dinger hier? Ne. Ich dachte, wir müssen das Ding auch klapp machen. Ne, das ist die Frucht, stand doch gerade eben noch, glaube ich, in Englisch, äh, in Englisch da drauf. Egal, einfach mal probieren. Komm mal holen. Kann schon irgendwann klappen. Kommen sich nur um Jahre an. Oh, ja. Das war ein kurzes Jahr. Was gut denn jetzt? Ja, und, ja, Clayton kam hier zum Zelt und, 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 das letzte, das war das letzte, was ich mich erinnern konnte. Was, Clayton? Äh, Gorillas, äh, Falle, äh, sind in Falle eingetappt, Turk rannte. Wir müssen den Gorillas helfen. Ja, aber natürlich. Aber sonst nichts zu tun. So, jetzt hatte ich ja hier irgendwo was gesehen. Genau da vorne. Da war eine Truhe. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, okay. Oh, Kamera, hallo? Okay. So, ja, perfekt. Nein. Ja. So. Ach, nein. Hä? Ah, ja, hier. Trinity. Nimm ich drück mal mit, ne? Und, leuchte ich nie, was da hinten kriege ich. Ich würde ja jetzt grob wieder auf der Almarthina schätzen. Und, was ist das? Ah, das war jetzt so Zufall. So, äh, das ist das Baumhaus. Und wir mussten, genau, ich wollte da hinten hin. Wie, wie komme ich da hin? Bin ich jetzt gerade davon runtergesprungen? Ich will da hoch. Egal, wir machen weiter. Vielleicht ergibt sich ja schon irgendwas. Ah, ich bin ein bisschen erkältet. Von daher nicht, wundere ich mich ab und zu mal hier so ein bisschen, ja, äh, jetzt nicht wusten, aber... Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Rollsband, so. Ich kann den Ecken nicht mehr sehen, echt nicht, eh. Nachdem ich so viel hier gelevelt habe und das meiste davon war umsonst. Ich habe Kretze nicht gesehen. Naja, gut. So lange ist das nicht mehr. Was? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Was? What the fuck? Oh, ja. Ich will mich ja nicht stören. Das war jetzt so geplant, ne? Das ist ja... Oh mein Gott. So viel Lack muss man haben. Ich kapiere das jetzt nicht, aber... Ja, gut. Ja, gut. Kretzen? Nicht Kretzen. Nicht Kretzen. Habe ich jetzt verstanden. So. So, ja. Ich glaube, das ist jetzt schon... Aua. Gut, dass wir hier in der Weltraum haben. Ob immer gut. Ich habe zwar noch Komet bekommen. Ach, ich habe, ich habe Scannen gelernt. Ich habe das... Mist. Uuuu. Auf Level 15 habe ich glaube, ich Scannen gelernt. Und ich glaube, das ist so etwas wie Analyse. Das heißt, man kann die Leben des Gegners sehen. Also, warum habe ich jetzt die? Ich glaube, wir müssen erst die den Blöden hier haben. Weil die Gorillas kommen, glaube ich, immer wieder. Ähm, weil sie sagen wollte, Scannen, wir können die Leben sehen. Und das vereinfacht vieles. Ja, man kann das taktisch besser vorgehen. Okay. Was ist das schon? Natürlich nicht. Monster lag. Seht ihr das da hinten links hinter dem? Was so ein bisschen, ein bisschen... Ja, genau das. Ich weiß nicht mehr, wie der ging. Einfach drauf. Aber ist natürlich blöd, dass das jetzt zum Läden ist. Der Läden liegt aber übel. Egal, mach mal den Kampf in Slow Motion. So, er ist jetzt nicht wahr. Komischerweise hat doch jetzt auch der Leck aufgehört. Lol. Äh, naja, gut. So, jetzt ist es, wie gesagt, jetzt wäre mir schon lieb, wenn ich hier so ein bisschen die Leben von dem sehen könnte. Ansonsten einfach nur aufhörig. Und was ich auch vergessen habe, ist... Äh... Ist der tot? Das war's schon? Nein, natürlich. Ich hab mich schon gewundert. Wie viel kann man jetzt nicht überlevelt gewesen sein? Oh, was kann der denn? Ja, jetzt hängt man wieder alles von mir ab. Donald und Rufi, die haben natürlich wieder gepennt. Aber die kommt irgendwie nach einer Zeit wieder. Also, obwohl nicht erst nach nächsten Abschnitten oder sowas. So, ich darf nicht den klappen. Darauf kommt man sich aber auch. So, der ist platt. Wo ist der hier? Ich weiß, der... Da. Und das Schöne ist, ich hab mal wieder vergessen, Items reinzutun in these Flots. Ja, das heißt, die können wir auch noch nicht mehr auswählen. Egal. Egal, einfach drauf. Das wird schon klappen. Hoffentlich. Nein, wird natürlich nicht klappen. Ah, ja gut. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte man wahrscheinlich den Kampf von vorne anfangen müssen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt hab. Das ist cool, Leute. Wofür sind auch zurückgehaltet? Läuft. It läuft. So, jetzt kann er meinetwegen aber langsam mal hier kaputt gehen. So, stopp, 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 stopp. Was ist das denn, Verein? Wir können das noch nicht mehr. Ja gut, mit Portion. Aber so als... Ich meinte, das macht doch schon ein bisschen wie der Match. Da hat er sich schon wieder... Muss ich erst das schicka-fuss machen? Oh Gott. Okay, läuft nicht. Ed läuft nicht. Ed, okay, läuft doch. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir erst jetzt die hier fett machen müssen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ja, hab ich gewusst. So, das fies blatt. Ich krieg den nochmal aufs Maul. Jetzt ist es aber gut. So viel kann er doch nicht aushalten. Schade schon. Ich hab gedacht, ich hab jetzt einen Glitch erwischt, aber... Naja, gut. Okay, kann er auch nicht. So, Goofy ist zurück. Welcome back, Digga. Hallo. Jetzt ist aber mal gut hier. Na gut, mach mal anders. Ja. Ja. Mehr HP. Donald mehr Defense. Das braucht er auch. Wenn Goofy bekommen hat, hab ich jetzt nicht gesehen. Jetzt nicht wieder raus. Bisschen gut. Kyo? Ist das nicht Vita? Oder? Ich dachte, die bekommt man erst viel später. Oh, was ist das? Ja auch ganz interessant ne, der Hügel hier ist gefühlte fünf Meter hoch, oh, okay, naja gut, so jetzt kommen wir quasi zum Endspot, da kann ich mich noch gut erinnern, das ging mir immer tierisch auf dem Sack, mal gucken ob ich jetzt diesmal blühe, ah, es fängt schon an, eh, es fängt schon an, so, So, du blöde Sau, egal, ach, jetzt tu mir so, äh, dir, Item, ja gut, wir müssen auf jeden Fall ganz nach oben klettern, ja, und ich krieg jetzt schon hier nicht hin, ah, doch, das, mehr Glück als Verstand gerade, so, Ja, ich hab schon die Hälfte geschafft, das war schon das Blödeste, kann ich mich daran kippen, ja, kann ich, okay, nur so, Ja, was gibt's noch zu erzählen, mir fällt gerade nichts ein, ich muss mich hier gerade zu konzentrieren aufs Klettern, ja, äh, äh, Und was Nacht hat's dann passiert, dann muss ich ehrlich sagen, muss ich passen, ich weiß ja gar nicht mehr, was dann genau passiert, Also es waren auf jeden Fall nicht nur die drei Welten, das kann ich euch sagen, äh, ja gut, und wir sind, ja, Leute, Also ich weiß, beim ersten Mal hab ich, ich glaub, gefühlte halbe Stunde gebraucht, ne, ne, soll mich nicht stören, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Is this your home? Oh, 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 oh. W waterfalls? Oh, 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 oh. Ah, Freunde da, siehst du Freunde. Oh, jetzt habe ich es. Ah, das bedeutet Herz. Freunde in unseren Herz. Herz. Oh, das ist das, was es bedeutet. Freunde, das gleiche Herz. Kleiton, lose heart. No heart, no see friends. No heart, no friends. Sorry about what I said. I'm sorry too. Yeah, all for one, huh? I got it. But it's sure not the Kings. I think someone has a new admirer, right? No, 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 no. They will kill me. Yeah, yeah. So, die Welt sind wir durch. Ich glaube, da könnte noch was. What drew the heartless to that world? The hunter lured them there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got chopped instead. Hmm. A weak hearted fool like him stood no chance against the heartless. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Fear not, it will take him ages to find the way. Besides, he remains blissfully unaware of our other plan. Yes, the princesses. They are falling into our hands, one by one. Speaking of which... ... ... ... ... ... ... die blöde kuh so nun ja lass uns abhauen wo soll ja schiff eigentlich nun nicht weit weg so war total freunde so jetzt kann ich euch aber jetzt habe ich jetzt bin ich nur noch sicher genau upgrades kibitens keychains so ja 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 und red trinity cool okay ja jetzt können auch die roten stadt nur die blauen trinities öffnen Prozent der KM oder ach ja ich wollte übersetzen vielleicht weiß Leon irgendwas es ging sich um irgendwie das Gumi um diesen Gummiblock den wir da irgendwie gefunden haben vom König vielleicht also vielleicht weiß was also zurück nach Travestone oder ich will der Pilot sein ach komm schon bin der ich bin der hier der Schlüsselschwert Träger Master Meister interessiert mich nicht wer du bist nein hier wir gehen jetzt sagt man nicht ich muss den ganzen Scheiß wieder von vorne fahren das ist doch herrlich nee das ist ja so bescheuert mann 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 naja gut ich habe da auch noch so eine Idee dass ich irgendwie ich glaube eher nicht dass ich es mache aber dass ich hier diese Raumfahrten ich sag mal wenn man jetzt hier wieder die ganzen Strecken die bekannten Strecken sag ich mal nochmal fliegen müssen dass ich die irgendwie ein wieder auch wie beim Leveln ich sag mal mit Geschwindigkeitsboost ich werde dann ja wie gesagt mit Geschwindigkeitsboost machen oder oder komplett zeigen und dann halt eben so ein bisschen Scheiße erzählen anders kennt man das ja momentan nicht so von mir ähm wie auch immer wir werden jetzt hier den Schnitt machen ich werde definitiv weiter machen und guck dass ich dann beides zusammen Uploadung wird sowieso nicht klappen so wie ich mich kenne aber mal gucken bis dahin soll ich dann mal Tschüss